so ja ich bin ja okay ich bin da ist es gibt nichts zu tun ich bin so gut Ja. Hm. Ein bisschen einspüren. Ja. Ja. Äh. Hm. Oh. Ja. Erstmal perfekt des Unternetz. Doch, er ist noch ein bisschen mit ihm getanzt. Oh. Oh. Fensy. Was ist überhaupt so? Fensy, Fensy, Fensy. Aber keine Ahnung wie was nimmt. Äh. 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 Wow. Oh. Oh. So lag freies Spiels hatte ich ja schon lang nicht mehr. Ha. Nur ein bisschen lags. So. 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 Burst. Boah. Das fackt so ab. Morgens irgendwie immer so mein WLAN komplett lag frei. Und so in den Arms ist lag komplett. so wie sonst ist denn das jetzt. Und so. Ist das jetzt? Das meine ich zum Beispiel? Ich komme nicht jetzt grad einfach nicht bewegen. Ich weiß nicht. Ist hier ein Gegner drin? Ah, da ist ein Gegner, keine Ahnung, keine Ahnung. Okay. Oh, ich bin so schön. Oh, scheiße. Oh, scheiße, war ich noch nie. Okay, bin ich eigentlich immer, aber egal. Äh, ja. Ach, ich weiß nicht, ich finde die das... Okay, gut, hätte ich gerade einen Sniperger bekommen, das wäre peinlich gewesen. Das wäre echt peinlich gewesen. Oh, was ist denn hier? Oh mein Gott, das soll Mais sein. Hey, ich dachte... Das ist einfach Mais. Das sollte Mais sein. Das sollte einfach Mais sein. Äh... So, null Zuschauer, doch einer, ich glaube, das ist nicht selber. Ich weiß nicht, wenn man über sein eigener Account gerade die Lifestyle guckt, sieht das so... Ach, keine Ahnung. Also, war jetzt echt nur ein einziger... Nein, hier war auch noch einer. Und den weiß ich nicht mehr, wo der ist. Ey, komm schon, hier sind doch noch ein paar. Komm schon, ballacht ein bisschen rum. Vor allem jetzt sag ich so. Ja, ballacht ein bisschen rum, damit ich Kids bekomme. Aber direkt bei einem Gleich verreck ich einfach, wenn ein Gegner da ist. Das ist mal wieder so gut. Okay, anscheinend nicht so, als wäre hier einer. Ich verpiss mich dann. Und... Nein, doch, hier ist irgendwo einer. Ah, hinsen. Oh, ey. Was ein kleiner Ehrenloser. Kommt da von der Ecke. Und jetzt... Das finde ich jetzt so geil. Der schießt an, aber macht gar nichts. Der macht einfach jetzt nichts. Oder es weckt. So. Wieso konnte ich jetzt nicht springen? Okay. ich wollte auf der Seite aufredizieren, aber nein, ich konnte das nicht, weil ich zur Seite gefallen bin. Das ist mal wieder so dämlich. Okay, ich finde der Ninja Skin ist wohl nice, weil das Backlink dazu passt gar nicht. Ist das ein fucking Erz? Ist das ein fucking Erz? Was zum F... Achso, und der muss jetzt erst noch gegen mich kämpfen, um sich dann umzubringen. Wenn wir dann von mir gehen können? Ey, das wollen wir ja so dämlich von...